Jo Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft. Wir haben eine gute Nachricht, zwei schlechte Nachrichten. Fangen wir erstmal mit der guten Nachricht, es geht weiter mit Minecraft. Jetzt kommen wir zur ersten schlechten Nachricht. Klubschi ist auch mit dabei. Flieg mal, mein schöner. Ja, okay, okay. Ja, die zweite schlechte Nachricht. Ihr erinnert euch noch an die Welt. Auf der wir angefangen haben. Arschbombe! Die mussten wir leider beenden, damit es neue Welt erschaffen. Aus dem folgenden Grund, weil auf der alten Welt, es ging ja darum in diesem Projekt, es geht auch immer noch darum, dass es zwei Abonnenten steht, die sich gegenseitig bekriegen. Und das Problem aber nicht, dass niemand es wirklich hingekriegt hat, sich ein Haus zu bauen. Dies und das, jeder ist verhungert. Es gab Leute, die haben sich gegenseitig getötet, weil sie kein Essen hatten. Also an dieser Stelle erstmal wirklich Respekt. Das war echt geil. Ähm, nee, es ging einfach nicht. Es haben viele nicht hinbekommen. Und dann war die Stadt schon so weit, die wiederum hatte gar nichts. Das war also auch ein Problem. Deswegen haben wir jetzt vollkommen neu angefangen. Und diesmal was anderes. Diesmal wohnt Klubschi leider bei mir in der Stadt. Nee. Und der Milfanta hat diesmal die andere Stadt. Wow. Wenn ihr gerade oben auf der Karte guckt, alles klar, oben auf der Karte, da ist der Milfanta und ganz unten auf der Karte, da sind wir. Niemand weiß wirklich, wo die andere Stadt ist. Wir sind verdammt versteckt. Es wird also auch noch schwer, den Gegner zu finden. Und der Angriff wird sehr lange dauern. Das ist auch noch mit dabei. Deswegen wird es diesmal ein bisschen schwerer. Aber wir gucken mal, wie das Ganze funktionieren wird. Wenn es gut ankommt, wenn es gut funktioniert, wird das natürlich weiter gemacht. Und wir wollen jetzt unter mein Haus. Denn da ist eine fette Höhle. Und die brauchen wir uns mal angucken. Ja, bevor sich aber auch die Falschen angegriffen fühlen, es gab natürlich auch Leute, die was geschafft haben. Aber da waren dann halt auch... Genau, es gab da auch Leute, die haben echt viel gebaut, echt viel geschafft. Und hier habe ich sogar meinen eigenen Spawner. Ja, ich nehme mir mal kurz... Lass den Steiner, lass den Steiner. Aua, aua. Pau, das ist da sofort wieder ein Klubschi. Was? Aua, aua, ich sterbe, ich bin gleich tot. Hau ab, ich habe nur anderthalb Beherzen, Alter. Pack die Steine da wieder hin, ich töte dich. Lass mich in Ruhe, nein, Hilfe. Was ist das Rote hier überhaupt? Das geht dich nichts an, stell meine Steine da wieder hin. Das Granit, ii, sieht ja eklig aus. Pass zu dir. Geh mal weg, ich will hier Eisen abbauen. Meine Steine, Klubschi. Was? Was? Nein, wir sind doch zusammen. Also, ähm, äh, zusammen statt... Nein. Was? Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nur die Steine wieder haben. Ach man, fick die. Mann. Ich brauche die. Für meinen geilen Gang. Für meinen GG. Meinen geilen Gang. Du hast, glaube ich, noch nicht ganz das Zusammenleben verstanden. Äh, komm einfach mal mit. Du verstehst einfach nicht den Sinn von Zusammenleben. Wir sind eine Gesellschaft, ein Ort, ein Städtchen, ein, äh... Ich hatte vollkommen vergessen, dass man sich in der Gesellschaft gegenseitig beklaut. Hä? Das ist geben und nehmen. Wir sind Kommunisten, Alter. Jeder nimmt das, was er braucht. So, Leute, das war's mit diesem Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns bald nächsten Mal. Ey, ich hab was auf den Kopf, Scheiße. So. Was? Sag mal, hast du hier das Geländer hingebaut, oder was? Nee, das war ein Creeper. Natürlich war ich das. Ey, voll geiler Creeper. Komm mal jetzt mit. Ja. Dann seht das nichts mehr mit der Höhle. Ach. Oh, Zombie. Du kennst mich doch. Wenn ich einmal in der Höhle bin, komm ich nie wieder raus. Ja, das habe ich auch das Problem. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze... Oh, ist die das erstmal hier lang gehen? Nö, sehe ich nicht so. Bin ich kein Fan von. Da geht's. Okay. Da geht's lang. Da leuchtet schon was. Oh, hier geht's noch weiter runter. Okay, waren wir hier schon mal? Keine Ahnung. Ach, da war ich sogar schon mal. Warte mal, ich muss mal kurz ein paar Faggeln machen. Ich hab noch ein paar dabei. Ach, du ein dicker Stock. Komm her. Sag mal, bin ich behindert? Wo sind wir denn hier? Ich nehm zwischendurch auch ein paar Ressourcen mit, ne? Klar. Kann man ja immer gebrauchen. Wahre Wucht. Wir müssen uns ja auch über Wasser halten. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Wasser. Wasser. Das heißt, dass da Wasser ist. Ja, hast du eine Karte mit? Dann wissen wir, auf welcher Höhe wir sind. Wegen Diamanten oder so. Ja, warte, ich guck mal. Ähm, Höhe wird angezeigt. Oh, Gold, Bitch. Äh, ich glaub, Gold, äh, Gold ist ganz rechts, ja. Ja, genau. Nice. Äh, ganz rechts ist, glaube ich. Denk doch, wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehören 30 Prozent von deinen 10 Prozent. What? Äh, davon wüsste ich was. Ähm, so, okay. Da ist auch noch Gold. Warte, ich baue mich mal rüber. Ich, ich bin hier grad irgendwo in den Zwischengang. Sag mal, wo geht's denn hier hin? Ja, genau. Unter dem Gold ist einfach mal kein Boden. Äh, ist das Diorit? Das ist Diorit, alles klar. Erstmal angucken. Ach nee, Quatsch. Wieso lief das denn hier nicht? Aber wo bist denn du? Äh, ich bin eine andere Abzweigung grad gegangen. Wie sieht poliert das Diorit aus? Das ist Diorit, Alter, jetzt hinnig dich wieder nicht. Oh, ja. So, erstmal schön viel Diorit mitnehmen. Äh, wir haben ja jetzt auch wieder ein anderes Texture-Pack. Ja, genau. Wir haben jetzt das Natur-Texture-Pack. Oh, ich, ich hab Höhle. Ich hab Lava und so. Also, so einen richtigen Spalt hab ich hier. Was ist mit dir? Da ist ein Zombie. Die stirben. Oh, shit. Äh, ja. Alter. What? Was hast du gemacht? Da beendet er die Spielsitzung. Was hast du gemacht? Wir müssen aber auch auf Warnabobie, ne? Ich lass das drin. Ja, ich auch. Aber... Was hast du gemacht, Alter? Ähm... Was hast du gemacht, Alter? Kein? Was ist mit gutterorts? Kein Gum.